Na, das hat ja nicht so toll geklappt wie die anderen Mädchen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, und zwar bei allein. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Jodie, also sag ich es dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... Alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Oh mein Gott, der erstickt, helft ihm doch. Oh mein Gott, Philipp! Oh mein Gott, hilf ihm doch! Tudi, stopp! Er steht mit mir! Hast du mich stopp, hör auf damit! Philipp! Philipp! Du bringst ihn doch um! Jodie! Philipp! Jodie! Sie wollte mich umbringen. Oh Gott, sie ist böse! Du bist ein Monster! Hörst du mich? Ein Monster! Du scheiß Lügner! Als ob ihr mich besuchen kommt. Hm. Hass. Aber das war die richtige Entscheidung. Hätte ich es mal durchgezogen. Verdammt. Allein. Das war ein kurzes Kapitel. Hm. Nicht, was? Gespillerter Weg. Jodies Vater gewürgt. 62% haben den Vater gewürgt, Alter. Und nicht gespielter Weg. Achso, nicht gespielter Weg. Okay. Naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht im nächsten Kapitel. Und zwar... Navajo. Da bin ich sehr gespannt, wo wir da jetzt sind und wo wir dort hinkommen. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort. Also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Ja. Irgendwo im Nirgendwo sind wir hier. Da scheint irgendwie ein Haus zu sein. Oder zumindest ein paar Gebäude. Gehen wir da mal hin. Kann ich da langlaufen? Okay. Also, das spielt, glaube ich, nach dieser Winterzeit. Da kommt ein Auto. R1. Ja, warum soll auch einer anhalten? Natürlich. Warum auch? Ich finde die Szene sehr, sehr geil. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da. Schon wieder ein LKW. Mal gucken. Vielleicht hält er ja an. Ja. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Erstmal Pause machen. Das ist so heiß. Es ist alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für einen Arsch. Aber alles wird gut. Alles wird bestens. Hörst mich in Ruhe, Aiden. Was? Sollte ab und zu mal auf ihn hören. Und nicht nur anmeckern. Mhm. Eine Ranch. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Boah, geil, wie das hier aussieht. Alter Schwede. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich bin alleine. Mäh. Huch. Oh, wie süß. Die kleinen Schäfchen. Voll geil. Und da sind Pferde. Oh, Pferdchen. Hottie-Hü-Pferdchen. Yay. Voll entspannt gerade die Szene. Nach der ganzen Action in den letzten Folgen und so. Tut das mal richtig gut, muss ich sagen. Gucken wir mal. Oh, wie geil das hier aussieht. Alter. Da ist ein Haus. Ich geh noch nicht ans Haus. Ich möchte gerne noch ein bisschen gucken. Aber warte mal, hier war ein Wasserbrunnen oder irgendwie so ein, oh, vielleicht kriegen wir hier Wasser. Warte mal. Ich probere das mal. Vielleicht können wir unser Wasser hier schnorren. Oh ja, komm bitte. Hier, Wasser. Hallo? Hier ist ne, hier ist ne Pumpe. Nimm. Okay, da kann ich nichts tun. Vielleicht kriege ich gleich Wasser. Ich schau nochmal eben, ob hier irgendwas in der Scheune ist. Ich würde da irgendwie was sehen können. Da kommen wir gar nicht erst rein. Okay. Ist da ne alte Baracke da. Kann ich ein bisschen schneller laufen? Ist... Okay, da darf ich noch nicht lang. Okay. Also, so weit darf ich dann doch nicht voraus laufen. Naja, gut. Ah, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein Haus, was wir noch untersuchen müssen. Ob hier jemand wohnt und lebt. Alter, hier mitten im Nirgendwo. Ganz ehrlich. Alter, hier bist du doch echt am Arsch der Welt. Wenn du hier einkaufen willst. Boah, da musst du bestimmt erstmal so drei Stunden fahren. Wenn du da eine Tiefkühlpizza irgendwie im Kofferraum hast, dann kannst du sofort, wenn du zu Hause ankommst, essen. Oder so ein Eis. Alter. Geht gar nicht. Da ist jemand zu Hause, glaube ich. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach nem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Es wird wirklich kalt heute Nacht. Und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Und ich verspreche, ich bin weg bis zum Morgen. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Okay. Ist anscheinend ein Indianerstamm. Hörte sich zumindest danach an. Wie heißt du denn? Jodie. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Ich wundere mich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Okay. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Er ist nicht so viel zufrieden, dass sie hier, äh, reingekommen sind. Ich bin mal jetzt nicht so gierig, ne? Ich bleib mal dabei. Boah, die Oma ist gruselig. Ernsthaft? Die ist echt creepy. Wie die mich angucken, ne? Alle. Vorliegen, er auch. Äh. Ganz schön still beim Essen bei denen. Also, ich unterhalte mich gerne beim Essen. Ich sehe viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich zieh einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Das ist die erste Ranch in der Gegend, seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren. Und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Kann man verstehen. Ihr gehört zu den... Navajo, richtig? Wir sind die Ne. Das heißt, die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Oh, der ist ja süß. Ähm. Was ist denn jetzt los? Ja, ich würde gerne wissen, was da draußen los ist. Das hört sich an wie so ein kleiner Sturm, aber... Alter, die geile Musik gerade. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst. Erschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay. Was? Hallo? Mach die... Mach die... Mach die Tür zu. Was ist denn draußen los dann? Wölfe? Verschiedene Tiere? Was könnte es sein? Was kann ich machen, mich außer auf dem Stuhl zu setzen? Gibt es noch irgendwie... Okay, das ist die Eingangstür. Ich möchte noch nicht dahin. Ich bin neugierig, muss ich sagen. Ich würde es gerne wissen. Uh, hallo. Sie schwebte gerade über den Boden. Ich weiß nicht warum. Was ist das denn? Asche? Oder ist da ein Vulkan in mir? Ich bin mal neugierig, ne? Aber ich... lasse... Jodie mal da. Okay, das ist die Granny. Granny schläft. Okay, der Hund hat Angst. Sogar der Hund hat Angst. Da muss ja irgendwas... Okay, er ist wach. Wer ist... Okay. Er ist am Beten. Er ist auch wach. Wo ist der andere? Äh. Ah, er läuft hin und her. Okay. Aber was ist denn draußen los? Kann ich nach draußen gucken? Ah, nach draußen... Aha. Nach draußen komme ich gar nicht erst. Okay. Aber die sind alle wach. Bis auf Granny. Granny ist am Schlafen. Die hat ein super... Okay, das war jetzt immer... Die hat ein super Schlaf. Okay. Die hat ein super Schlaf. Aber was breitet denen so Angst? Ich kann ja sagen, ich muss auf Toilette. Das kann ja gut... Das kann ja gut sein, ne? Man muss ja mal auf die... Oder auch nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt rauslaufen oder so. Was breitet denen so Angst? Würde ich gerne mal wissen. Weil nur der Sturm kann es ja nicht sein. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Eiden. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Ich bin da. Du bleibst in deinem Zimmer.